Chongqing veraltet auch Chongqing, Chongqing oder Chongqing, ist eine Millionenstadt in der Volksrepublik China auf einer wie ein Komma geformten Halbinsel am Zusammenfluss von Yangtze, Yang und Jialing. Chongqing stellt als regierungsunmittelbare Stadt eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 28,85 Millionen Einwohnern dar. Wenn ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen herangezogen werden, ist Chongqing die größte Stadt der Welt. Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern annähernd so groß wie der Staat Österreich und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur. Wird die Kernstadt als Grundlage genommen, leben in Chongqing 4,3 Millionen Menschen. Der Ballungsraum hat 7,7 Millionen Einwohner. Die regierungsunmittelbare Stadt entstand am 14. März 1997 durch Abtrennung vom östlichen Teil der Provinz Sichuan und Eingemeindung der umliegenden Großregion. Die Stadt ist Industriezentrum, Verkehrsknoten und kultureller Mittelpunkt der Region mit Universitäten, Hochschulen, Theater, Museen und Galerien. Generalkonsulate aus Großbritannien und Japan sowie Konsulate aus Dänemark, Kambodscha, Kanada und den Philippinen haben ihren Sitz in der Stadt. Geografie Geografische Lage Die Stadt Chongqing wurde an der Einmündung des Chialing in den Yangtzeqiang erbaut. Die Lage am östlichen Rand des Roten Beckens, der Reisschale Chinas, hat das Wachstum der Stadt begünstigt. Die große Entfernung zur Küste und vor allem die schwere Erreichbarkeit haben die Entwicklung in der Vergangenheit jedoch behindert. Der durch den drei Schluchten Darm gebildete Stausee reicht bis Chongqing, sodass nun auch größere Schiffe die Stadt erreichen können. Die Stadt ist von Gebirgen umgeben, dem Dabashen im Norden, dem Wushen im Osten und dem Dalushen im Süden. Da Chongqing auf sehr hügeligem Gelände entstanden ist, sind die Straßen teilweise sehr steil. Was sich auch in dem Namen Stadt der Berge ausdrückt, sie liegt durchschnittlich 243 Metern über dem Meeresspiegel. Das administrative Stadtgebiet Chongqing erstreckt sich 470 Kilometer in Ost-West-Richtung und 450 Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Es hat eine Fläche von 82.402,95 Quadratkilometern, das entspricht in etwa der Bodenfläche von Österreich. Davon gehören 1.472,55 Quadratkilometer zur Kernstadt und 80.930,4 Quadratkilometer zu Gebieten mit überwiegend ländlicher Siedlungsstruktur. Die Metropolregion besitzt eine Fläche von 9.622,83 Quadratkilometern. Nachbarprovinzen sind im Osten Hubei und Hunnen, im Süden Gesu, im Westen Sichuan und im Norden Shaengxi. Rund 80 Flüsse fließen durch das Verwaltungsgebiet der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing. Die größten sind der Yangtze, der Jialing, der Wuyang, der Fujian, der Kijian und der Daneng. Die größten Städte sind Chongqing 4.306.933 Einwohner, Wongsheng 191.517 Einwohner, Fuling 168.742 Einwohner, Nangtongkwang 117.666 Einwohner, Bai Bai 113.522 Einwohner, Heiang 98.885 Einwohner und Yongshuan 95.734 Einwohner, Geologie, Chongqing liegt im Roten Becken. Eine vom Yangtzeqiang durchflossene Beckenlandschaft und fruchtbares bewegtes Hügelland aus überwiegend roten Sandsteinen und Tonen. Das Ringsum von höheren Bergketten umschlossen wird, das rote Becken ist reich an Bodenschätzen. In die Schlagzeilen geriet Chongqing durch die Gasexplosion von Shuadongbei am 25.12.2003, als nach einer Explosion eines Gasbohrloches auf dem Shuadongbei-Gasfeld schlagartig eine große Menge giftiger Gase austrat. Die 191 Menschen das Leben kostete und schätzungsweise 4000 bis 5000 Menschen zt. Schwer verletzte Im Nordwesten des Beckens liegt die Allovialebene von Chengdu. Der etwa 800 Kilometer lange an Strom schnellen reiche Fluss Yangtze durchbricht die Gebirgsketten, die sich am chinesischen Staffelbruch aufgewölbt und das rote Becken gegen das östliche Mittelchina hin abriegeln. Stadtgliederung und Einwohnerzahlen Innenstadt Die Innenstadt Chongqing unterteilt sich in sechs Stadtbezirke. Diese sind Stadtbezirk Yuzong, die eigentliche Innenstadt. Stadtbezirk Dadukau Stadtbezirk Nanan Stadtbezirk Xiulongpo Stadtbezirk Sheipingba Stadtbezirk Yangbei Punkt Der am 18. Juni 2010 gegründete sogenannte neue Stadtbezirk Liangyang umfasst Teile der Stadtbezirke Yangbei, Yubai und Baibei mit einer Gesamtfläche von ca. 1200 Quadratkilometer. Im Unterschied zu vergleichbaren Neugründungen in Tianjin und Shanghai, handelt es sich hier um eine reine Maßnahme zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung d. H. Liangyang ist kein Stadtbezirk im administrativen Sinne. Er wird nicht von einer Volksregierung verwaltet, sondern von der Leitungsgruppe für die Erschließung und den Aufbau des neuen Stadtbezirks Liangyang, die sich aus Vertretern der Stadt Chongqing und der betroffenen Stadtbezirke zusammensetzt. Dementsprechend bleiben die drei genannten Stadtbezirke in ihren bisherigen administrativen Grenzen mit ihren Volksregierungen und den zugehörigen politischen Strukturen zumindest vorläufig vollumfänglich erhalten. Die folgende Tabelle enthält die Einwohnerzahlen, die bei den Volkszählungen vom 1. November 2000 und 1. November 2010 ermittelt wurden. Aufgeführt sind die Bewohner mit Hauptwohnsitz in Chongqing. Da am 22. Oktober 2011 der ehemalige Stadtbezirk Shuangkau mit dem ehemaligen Kreis dazu zum neuen Stadtbezirk dazu, der ehemalige Stadtbezirk Wanzheng mit dem ehemaligen Kreis Kijian zum neuen Stadtbezirk Kijian zusammengelegt wurden, sind für die neuen Stadtbezirke die Flächen- und Einwohnerzahlen zu addieren. Der Randbereich der Kernstadt umfasst drei Stadtbezirke und einen angrenzenden Kreis, Stadtbezirk Banan, Stadtbezirk Baibai, Stadtbezirk Jubai, Kreis Bishan. Ländliche Umgebung 6 Stadtbezirke und drei Kreise liegen im ländlichen Umland außerhalb der Kernstadt. Stadtbezirk Chengshau, Stadtbezirk Hechuan, Stadtbezirk Yangshin, Stadtbezirk Yanshuan, Stadtbezirk Dazu, Stadtbezirk Kijian, Kreis Ranscheng, Kreis Tongliang, Kreis Tongnan, Fuling. Die Region Fuling grenzt östlich an die Kernstadt und besteht aus zwei Stadtbezirken und drei Kreisen, Stadtbezirk Fuling, Stadtbezirk Nanshuan, Kreis Dianjiang, Kreis Fengdu, Kreis Solon, Wanzhou. Die Region Wanzhou liegt weit nordöstlich des eigentlichen Chongqing. Sie umfasst einen Stadtbezirk und acht Kreise, Stadtbezirk Wanzhou, Kreis Chengkau, Kreis Fenggi, Kreis Kai, Kreis Liangping, Kreis Junyang, Kreis Wushan, Kreis Wuxi, Kreis Zethon, Kianjiang. Die Region Kianjiang schließt östlich an diejenige von Fuling an und bildet den Südosten des Gebiets von Chongqing. Sie gliedert sich in einen Stadtbezirk und vier autonome Kreise, Stadtbezirk Kianjiang, autonomer Kreis Pengshui der Miao und Tuya, autonomer Kreis Shih Tzu der Tuya, autonomer Kreis Xioshan der Tuya und Miao, Autonomer Kreis Yuyang der Tuya und Miao. Autonome Kreise Die vier autonomen Kreise sind in der übrigen Struktur enthalten, aber hier zusätzlich noch einmal aufgeführt. Autonomer Kreis Pengshui der Miao und Tuya, autonomer Kreis Shih Tzu der Tuya, autonomer Kreis Xioshan der Tuya und Miao sowie der autonome Kreis Yuyang der Tuya und Miao Klima. Chongqing liegt in der subtropischen Klimazone. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 19,0 Grad Celsius. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 1138 mm im Mittel, davon fallen etwa 69% in den Monaten Mai bis September. Das Klima Chongqing ist durch kurze und relativ milde Winter und feuchtheiße Sommer gekennzeichnet. Von Oktober bis April herrscht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit mit häufig dichtem Nebel, deshalb gibt es auch die Bezeichnung Nebelhauptstadt. Chongqing besitzt wegen der Lage im Binnenland ausgeprägte Dürre- und Regenperioden. Wärmster Monat ist der August mit maximal 32,8 Grad Celsius und minimal 24,5 Grad Celsius mittlere Tagestemperatur. Teilweise erreichen die Extremwerte bis zu 40 Grad Celsius. Der kälteste Monat ist in der Gegend um Chongqing der Januar mit maximal 9,5 Grad Celsius und minimal 5,6 Grad Celsius Tagesmitteltemperatur. Im Sommer 2006 war Chongqing von einer starken Trockenheit betroffen. Es regnete über Wochen nicht und ein Großteil der Flüsse trocknete aus. Nach staatlichen Angaben handelte es sich um die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten in China. Die höchste Temperatur wurde offiziell am 15. August 2006 an der Wetterstation in Kijiang mit 44,5 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Rekord lag bei 44,1 Grad Celsius gemessen am 19. August 1953 an der Wetterstation in Pengshui. Starke Regenfälle führten im Sommer 2007 in Chongqing zu Überschwemmungen. Am 18. Juli 2007 wurden mit 266,6 mm an einem Tag die höchste Niederschlagsmenge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1892 gemessen. Der bisherige Rekord lag bei 206,1 mm Niederschlag gemessen am 21. Juli 1996. Umweltprobleme Am 1. Juni 2003 erfolgte die Schließung der Wehrfelder der Staumauer am Dreischluchtendamm, damit begann die erste Teilflutung. Die 1.983 m lange und 185 m hohe Mauer ließ einen künstlichen See entstehen, der sich über 670 km durch die drei Schluchten bis nach Chongqing erstreckt. Kaum ein anderes Großprojekt ist seit den 1980er Jahren in der Volksrepublik China so umstritten gewesen wie diese Talsperre. Die Befürworter begründen seine Notwendigkeit mit den Vorteilen im Hochwasserschutz, der Energieerzeugung und der Verbesserung der Schifffahrt. Die Gegner befürchten Nachteile durch die ökologischen Folgen, die geologischen Gefährdungspotenziale und die soziokulturellen Folgen des Projekts. Mit der Fertigstellung des Dammes kam es auch tatsächlich zu einer erheblichen Verschmutzung der Umwelt, weil mit der Flutung Müll, Überreste von Städten und Dörfern, Fabriken, Deponieren, Tanks und Friedhöfe in dem Stausee untergegangen sind. Bis 2007 wurden 1,4 Millionen Menschen für das Projekt zwangsweise umgesiedelt. Weitere 4 Millionen aus den ländlichen Regionen im Nordosten und Südwesten des Verwaltungsgebietes müssen bis 2020 ihre Häuser und Dörfer entlang des Stausees verlassen, um in die Vororte der Millionenstadt umzuziehen. Denn trotz des Baus zahlreicher befestigter Uferböschungen entlang des gesamten Flusslaufs drohen unvermeidliche Erdrutsche, die unter anderem Tsunami-ähnliche Flutwellen auslösen können, Probleme bereitet auch die hohe Luftverschmutzung. Im Winter legt sich der Nebel über die Stadt und in den engen Straßen kommt es im Sommer nur zu einem geringen Luftaustausch. Über Bronchitis, Asthma oder Erschöpfung klagen zahlreiche Bewohner. Geschichte Ursprung vor geschichtliche Funde weisen auf die Existenz der Tongliang-Kultur im Raum des späteren Chongqing hin. Knochenreste wurden mit der Radiokohlenstoffmethode auf ein Alter von etwa 25.000 Jahren datiert. Der Überlieferung zufolge fand König Y.U., Begründer der sagenhaften Xia-Dynastie und Bändiger der Fluten, hier eine Gemahlin und gründete die Stadt. In prähistorischen Zeiten war die Region in die Königreiche Ba im Osten und C.H.U. im Westen unterteilt. Die während der Sheng-Dynastie vereint wurden, um 1000 v. Chr. war Chongqing bereits Hauptstadt des Staates Ba. Ausgrabungen bei Sang-Sing-Dui in der Nähe von Chengdu legen nahe, dass die Ba-CHU-Gesellschaft auf Sklavenhaltung basierte und nicht nur eine hohe Entwicklungsstufe in der Metallverarbeitung erreichte, sondern auch durch eine bizarre Ästhetik hervorstach. Dank neuer Anbaumethoden entwickelte sich der Ostensich-Urst, das heutige Verwaltungsgebiet der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, gegen Ende des dritten Jahrhunderts v. Chr. zu einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region. Als die Qin-Armeen in das Land einfielen, fanden sie eine wirtschaftliche Basis vor, die ihnen 221 v. Chr. die Vereinigung des Chinesischen Reiches ermöglichte. Der heutige Name bedeutet so viel wie »Doppelte Feier« und wurde Chongqing von seinem Bewohner Z. Ha. O. Dun verliehen. Als dieser kurz nacheinander zum Prinzen von Gong-Ju, so der frühere Name von Chongqing, ernannt wurde und dann 1189 als Guang-Sang den Thron des Kaisers der Sang-Dynastie bestieg. Schauplatz rivalisierender Machthaber Die Stadt blickt auf eine lange Tradition als Festung gegen feindliche Invasoren zurück. Von 1242 bis 1278 hielten im 60 km nördlich von Chongqing gelegenen Hechuan die Streitkräfte der Song die mongolischen Herrscharen in Schach. Es war der längste ununterbrochene Feldzug auf chinesischem Boden. 1362 errichtete der Rebellenführer Ming-Yu-Sang das nur für kurze Zeit existierende Königreich Daxia in Chongqing. 1621 wurde dort das ebenfalls nur kurzlebige Königreich Daliang etabliert. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die H. U. Guang-Huiguan in Chongqing als Versammlungshäuser vor allem für Kaufleute errichtet. 1891 wurde Chongqing als erster Inlandshafen in China unter dem Druck Großbritanniens und Japans als Vertragshafen für den Außenhandel zwangsweise geöffnet. 1911 löste die chinesische Regierung mit ihrer Einmischung in den regionalen Eisenbahnbau landesweite Aufstände aus, die schließlich zum Sturz der Ko-Ying-Dynastie führten. In den folgenden vier Jahrzehnten kämpften rivalisierende Militärmachthaber um die lokale Vorherrschaft. Die von ihnen in der Region gegründeten nominell unabhängigen Staaten existierten bis ins Jahr 1955. Im Jahre 1929 erhielt Chongqing den Status einer selbstständigen Stadt auf Provinzebene. Provisorische Hauptstadt Chinas 1938 zog sich die Regierung unter Chiang Kai-shek nach Chongqing zurück. Nachdem sie von der japanischen Armee im Zweiten japanisch-chinesischen Krieg aus Nanjing vertrieben worden war. Chongqing war während des Zweiten Weltkrieges die provisorische Hauptstadt Chinas. Der nachfolgende Zustrom von Flüchtlingen und die Bombenangriffe stärkten die Moral nicht. In Hongyan, einem Vorort Chongkings, etablierte sich am 12. August 1938 Chinas Kriegsregierung. Eine unsichere Allianz zwischen Chiang Kai-sheks nationalistischer Kuominting und Mao Zedongs kommunistischer Partei. Der Ort lag klugerweise abseits der Ziele der japanischen Bombenangriffe, die sich auf die Halbinsel konzentrierten. In Hongyan traf sich Mao im August 1945 mit dem US-Botschafter Patrick Hurley, um über die Rolle der Kommunisten in einer Nachkriegsregierung zu verhandeln. Da jedoch Chiang auf eine Auflösung der Roten Armee drängte, kam es lediglich zu einer oberflächlichen Vereinbarung über politische Freiheit, die sich bereits kurze Zeit später als Makulatur erwies, als die USA die Stationierung von Kuominting-Truppen in den kommunistischen Hochburgen aktiv unterstützten. Die Ereignisse um Hongyan führten 1946 zum erneuten Ausbruch des Bürgerkriegs, der drei Jahre später mit der Niederlage der Kuominting sein Ende fand, kommunistische Regierungszeit. Am 30. November 1949 eroberten die Kommunisten mit Chongqing den vorletzten Festlandstützpunkt der Nationalisten. Im Jahre 1954 wurde Chongqing mit der Provinz Sichuan vereint und erhielt den Status einer bezirksfreien Stadt. Mitte der 1970er Jahre ging die Wirtschaft und Landwirtschaft Sichuas schwer getroffen aus der Periode der Kulturrevolution hervor. Sichuan war unter anderem deshalb die erste Provinz, die Mao Zedongs Ideale zu den Akten legte, als der Parteiführer Zetao Ziyang den Bauern erstmals erlaubte, ihre Erzeugnisse wieder auf dem freien Markt zu verkaufen. Damit bildete er die Grundlage für die späteren Reformen von Deng Xiaoping, der ebenfalls aus Sichuan stammte. Die Reformen erwiesen sich als derart effektiv, dass sich die Provinz bereits in den 1990er Jahren als ernstzunehmender Konkurrent der Ostküstenwirtschaft behaupten konnte. Großen Anteil an dieser Entwicklung hatte Chongqing, das bereits stark industrialisierte Verbindungsglied am Yangtzeqiang, zwischen Sichuan und Ost-China. 1983 erhielt die Stadt das Verwaltungsrecht für Wirtschaft auf Provinzebene und 1992 erklärte die Stadtverwaltung Chongqing zur ersten offenen Stadt. Am Yangtze, Chongkings ökonomisches Gewicht sicherte der Stadt in den folgenden Jahren einen Sonderstatus. Am 14. März 1997 wurde auf Beschluss des Nationalen Volkskongresses der östliche Teil der Provinz Sichuan zur regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing zusammengefasst und die Großstädte Waukschen und Fuling Chongqing angegliedert. Dabei entstand ein Verwaltungsgebiet von der Fläche des Staates Österreich. Zugleich nach Einwohnerzahl administrativ gesehen die größte Stadt der Welt. Inzwischen schreitet die Entwicklung der Region weiter fort und bringt alle Begleiterscheinungen eines schnellen Wachstums mit sich. Hohe Luftverschmutzung, Umwandlung von Land und Forst wirtschaftlicher Flächen in Bauland und wachsende Bautätigkeit. Heute ist die Halbinsel und die weiter wachsenden Vororte und Industriegebiete, die sich vom Flussland einwärts ausbreiten, dicht besiedelt. Die Region gilt als Speerspitze der Entwicklung Westchinas. Viele der insgesamt ca. 1,4 Millionen Menschen, die bis 2007 beim Bau des Dreischluchtendamms umgesiedelt wurden, sind in Chongqing neu angesiedelt worden. Einwohnerentwicklung zwischen 1949 und 1990 erlebte Chongqing ein rasantes Bevölkerungswachstum. So hat sich die Einwohnerzahl von einer Million auf drei Millionen verdreifacht. Durch die Einführung der Ein-Kind-Politik verlangsamte sich das Bevölkerungswachstum seit Anfang der 1990er Jahre. In der Kernstadt leben 4,3 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 2925 Einwohner pro Quadratkilometer. In Berlin sind es zum Vergleich 3.800. Die Metropolregion Chongqing hat 7,7 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 797 Einwohner pro Quadratkilometer. Im weiteren administrativen Stadtgebiet leben 32,0 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 389 Einwohner pro Quadratkilometer. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen der Kernstadt. Aufgeführt sind die registrierten Bewohner mit Hauptwohnsitz in Chongqing. Entwicklung der Wohnsituation Viele Elemente der modernen Stadtplanungspolitik hatten verheerende Folgen für die Bevölkerung und schufen mehr Probleme, als sie lösten. Fast alle historischen Häuser der auf steilen Hügeln erbauten und von eben solchen umgebenen Bergstadt wie Chongqing bisweilen von Einheimischen Genannt wird, wurden seit 1949 abgerissen. Ihren Platz nahmen anonyme Neubauten aus Beton mit oftmals unzureichender sanitärer Ausstattung und kaum fließend Wasser ein. Überlebt haben nur einige Städten der Revolution sowie die Gefängnisse. In denen rote und subversive Elemente gefangen gehalten und gefoltert wurden, in hohem Tempo werden heute Gebäude abgerissen und neu errichtet. Im Stadtzentrum werden überwiegend moderne Beton- und Glasbauten sowie zahlreiche Bürokomplexe errichtet. Für die ärmeren Bevölkerungsschichten sind die dortigen Wohnungen nicht bezahlbar. Sie werden in die Außenbezirke und Vororte der Stadt verdrängt. In Chongqing stand das bekannteste Nagelhaus Chinas, dessen Pressefoto um die Welt ging. Die Besitzer weigerten sich zwei Jahre lang, das Gebäude für einen Neubau zu räumen. Die Baufirma stellte bereits Wasser- und Energieanschluss ab, hob einen 10 Meter hohen Aushub um das Gebäude aus und schloss das gesamte Areal ab. Die Besitzer eroberten das Gebäude zurück und histen die chinesische Flagge auf dem Dach. Die Besitzer genossen dadurch große Sympathie in der chinesischen Bevölkerung. Zwischen Mitte 2010 und Ende 2011 wurden die Einwohnerrechte auf rund drei Millionen Migranten aus dem ländlichen Hinterland ausgedehnt. Diese Reform schafft das Hu-Kao-System der Wohnberechtigung nicht ab, erweitert die Privilegien aber auf alle Einwohner der Region. Politik Stadtregierung Oberbürgermeister von Chongqing ist Huang Kifan. Er übernahm 2009 DK-Sekundenamt von seinem Vorgänger Wang Hongzhu. Sekretär des Parteikomitees ist seit November 2012 S.U.N. Sengkai, auch Mitglied des Politbüros. Er löste Sengdejiang ab, der im März 2012 hängte remistisch den durch das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas abberufenen Bo Seilai. Ersetzt hatte. Der Stadtregierung unterstehen die Regierungen von 19 Stadtbezirken, 17 Kreisen und 4 autonomen Kreisen. Die Stadtbezirke gliedern sich wiederum in Straßenviertel, zum Teil auch in Gemeinden und Großgemeinden. Kreise und autonome Kreise setzen sich hingegen ganz überwiegend aus Gemeinden und Großgemeinden zusammen, während nur in einigen wenigen Kreisen, die ein urbanes Zentrum ausgebildet haben, Straßenviertel vorkommen. Am unteren Ende der Verwaltungspyramide Chongkings befinden sich in den urbanen Gebieten die sogenannten Einwohnergemeinschaften, die von den Einwohnerkomitees verwaltet werden und in den ländlichen Regionen die Dörfer, die von Dorfkomitees verwaltet werden. Städte-Partnerschaften Chongqing unterhält mit folgenden Städten-Partnerschaften, Region-Partnerschaften. Chongqing unterhält mit folgenden Regionen-Partnerschaften, Südafrika-Provinz Empu-Malanga, Südafrika.